Dann geht das doch schon, aber ich versöhnlich, ich frag mich grad, bitte sag mir mal, wozu gibt es eigentlich in Fadesach? Hallo, aber ganz ehrlich, Alter. Ich hab ne Bruder von dem Maman und ne Lose aus Faser, auch alles gut, keine Probleme hat Hunder und Tater. Ich hab'm super zu Charter, denn mir hilft damit umzugehen. Die Verwahrung geschafft, tatsächlich ein Fades umzudrehen, um ins Holz zu drehen, fast zwölf verrücktes Leben. Wie kann jemand schaffen, so ein Riesenkurs, um Fick zu gehen? Außer neid, fleisch im Blut, ich hab's einfach nicht versteh'n, doch nur ist, wie viele meiner Generation hinterlegen. Wie es ist, wenn der erste Mann, auf dem ich in deinem Leben verlässt, dich mal eben verlässt.